Na lo zusammen, ich hier ist wieder heute Land, tschüss wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar drei Teile und zwar möchte ich wieder ein bisschen gambeln hier in Naxxramas. Wir wollen insgesamt 40 Tokens wieder kaufen und zwar diesmal von den Hosentoken. Da geben wir jetzt 120 Druckmittel des Todes aus und kriegen dann 40 Tokens insgesamt. Diese Druckmittel des Todes musste ich vorher erst umtauschen bei diesem Goblin und zwar habe ich da ein paar Geiselsteine gefarmt mit verschiedenen Twings. Das Schöne ist, das ist alles Battle.net Account gebunden und da habe ich hier ein bisschen Naxxramas gefarmt. Da sind ja einige Bosse drin und wenn man die ganzen Rätselsachen erledigt hat, dann kriegt man hier mit dem Buff, dieser Anstecknadel der Gentumdämmerung, dementsprechend die Geiselsteine bei den Bossen. Das heißt, ich bekomme, da es 15 Bosse sind, mit einem Char 15 Geiselsteine insgesamt raus. Bedeutet für 120, die ich jetzt gerade hier ausgegeben habe, sind schon einige Runs insgesamt 8 Stück, also nicht so wenig. Der Vorteil, den ich habe, ich habe ja 5 Accounts, um da ein bisschen mit allen Rüstungsklassen gleichzeitig T-Mark zu farmen und das kann ich hier für diese Geiselsteine auch ganz gut benutzen, denn man bekommt bei jedem Char den Geiselstein und wenn ich dann mit 4 Char gleichzeitig reingehe, kriege ich halt nicht nur 15 pro Run, sondern kriege dann halt gleich 60, also halt das Vierfache. Das ist ganz angenehm, heißt ich muss zwei Naxx-Runs machen, habe die 120 zusammen, das geht. Ist zwar schon ein bisschen was hier in Naxxramas, weil du viele Bosse hast, die einen quasi einiges an Zeit kosten, unter anderem bei Gotik, der steht dann rum, da musst du die Wellen ewig abwarten, das sind dann teilweise 3-4 Minuten, dann Kaltusat ist das gleiche nochmal, damit die so Wellen, die dann kommen, sind auch nochmal 3-4 Minuten und ja, die Instanz zieht sich schon ein bisschen, aber man kriegt dann somit ganz gut Geiselsteine zusammen und wenn ich jetzt Glück habe, kriege ich vielleicht noch so eine Hose raus, da haben wir sie doch, wollte gerade sagen, mit ein bisschen Glück und ja, die kann ich halt selber benutzen, um mir quasi T3 zusammenzubasteln. Da gibt es ja noch ein paar mehr Steps, die man braucht, man braucht ja nicht nur dieses Grundtoken, sondern man muss das dann auch quasi zweimal upgraden, würde ich jetzt mal behaupten und dann hat man sein T3-Teil oder man verkauft das, die Dinger sind immer noch ganz gut was wert, Preise gehen natürlich runter, wie es mit allen Sachen ist, wenn dementsprechend langsam der Markt so gesättigt ist, jetzt mehr Leute das farmen, aber naja, ein bisschen was kriegt man noch und ich mache damit auch ganz okay Gold, würde ich mal sagen. Juti, dann verkaufen wir jetzt hier mal die Sachen, die nix wert sind. Ja, da sind einige Hosen dabei, die nix wert sind. Die Geschichten, die über 1000 Gold sind, die können wir dann eventuell noch ins Auktionshaus schmeißen. Ja, das vielleicht auch noch. Hm, können wir uns überlegen. Hier gibt es halt alle möglichen Sachen raus, ne? Alle möglichen BOE-Items kriegt man hier quasi einmal. Auch weg. Na ja, das ist ein bisschen was wert. 24k, ja. Gut, 5 Items, die sich lohnen, aber dafür auch ein T3. Das ist ja im Endeffekt das Wichtigste, denn die T3-Sachen, die verteile ich jetzt wieder auf anderen Servern. Hier auf Blackmore sind sie in Anführungszeichen nur noch 200k wert. Das ist jetzt nicht so ganz geil, aber ja, ich habe ja die Möglichkeit mit mehreren Accounts, ne? Die Items dann hin und her zu handeln. Und da kann ich dann dementsprechend die auch auf irgendeinem anderen Server verkaufen, wo die vielleicht noch ein paar mehr. Hunderttausende wert sind, 3, 4, 500.000, um die da dementsprechend ein bisschen zu Gold zu machen. Und da gucke ich dann so ein bisschen. Juti, war aber auf jeden Fall sehr erfolgreich. Haben wieder ein bisschen was eingetütet. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen weiter gambeln. Heißt, wenn ihr noch mehr Opening-Videos sehen wollt, dann könnt ihr gerne ins nächste wieder reinschalten. Ich, ähm, ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.